hallo allerseits was hat der markt uns gebracht in den letzten stunden beziehungsweise womit ist jetzt heute zu rechnen schauen wir mal zunächst auf den dow jones den den finde ich eigentlich bis jetzt ganz sexy zeigt aber auch auf dass nur schön aussehen nicht reicht es zählt auch die tat in dem zusammenhang also was meint er denn jetzt mit dem schönen aussehen sieht das wirklich so schön aus naja für mich ein bisschen schon wenn ich ehrlich bin die letzte bewegung die ist dann doch schön nach unten und das sieht schon ein bisschen nach a b c aus das heißt ich bin latent auf der short seite wie auf der short seite der kurs steigt doch aktuell und das sogar sehr dynamisch ja jetzt zu shorten macht erstmal nicht so super viel sinn aber dieses verhaltensmuster hier ist eigentlich ein klassisches für eine korrektur aber und jetzt ist wichtig an den taten solltet ihr sie erkennen habe ich jetzt in der letzten zeit häufiger gesagt dann müsste er auch dieses tief hier nach unten durchstoßen dann erst wird aus diesem aufwärtstrend der moment davor herrscht eine a b c kiste dann erst wäre das der hinweis für die fortsetzung für nach unten also sprich dass wir in etwa zumindest mal auf dieser ebene so etwas hier dann nochmal bekommen da wir das hoch noch nicht genau wissen ist das ziel natürlich auch noch vage also ihr könnt euch ausrechnen ist dass das hoch jetzt hier dann ist es vielleicht da wenn es wirklich 1 zu 1 es ist ja nicht immer 1 zu 1 exakt sondern es kann ja ein bisschen abweichen davon aber je nachdem wo das hoch jetzt hier noch hinkommt und dann der bruch hier unten das wäre im prinzip die idee die dahinter steckt aber ihr seht es ist unter der wichtigen bedingung dass der markt auch wirklich in diesem bereich dann jetzt den dreh irgendwann macht und diese marke triggert also ob er das hier tut das ist unbekannt aber das aus dem fenster lehnen da traue ich mir das schon zu zu sagen wenn er diese marke durchstößt für die die das nicht gut jetzt nachlesen können ich mache es mal ein bisschen größer nochmal dann könnt ihr es besser sehen das ist das tief von 11 uhr am 20 also am heutigen donnerstag bei ungefähr beim future gesehen 33.582 in etwa wenn der markt in diese marke hier durchstößt das wäre eigentlich ein zeichen für eigentlich müsste doch das was wir vorne haben da hinten nochmal passieren also das mal so als anregung bleibt der markt da oberhalb dann ist das erstmal kein thema es wäre ja auch noch denkbar wenn er oberhalb bliebe er läuft einfach und macht dann halt so wackelige rücksetzer naja gut dann ist es halt doch eher die longseite dann weiß ich zwar vielleicht noch nicht so richtig was ich mit dem hier anfangen soll da kann man dann im nachhinein irgendeinen lösungsansatz finden aber man hätte dann hier vielleicht irgendwie sowas wie eine zag zag im großen und hier dann vielleicht im kleinen wie auch immer dann eben die auf die fortsetzung letztlich vielleicht sogar richtig für die bullische seite also ihr seht dieser zone kommt eine gewisse bedeutung zu je mehr wir uns aus dieser zone nach oben hin verabschieden desto weniger realistisch wie die abwärtsseite und so uncooler wird die auch weil dann natürlich das wendeniveau oben ja auch einen einfluss hat wo es dann unten landet und dann sehen wir schon dann sind irgendwann die chance risikoverhältnisse überhaupt nicht mehr spannend und dann auch nicht mehr wert ein trade dementsprechend umzusetzen also ihr seht worauf das hinausläuft es ist ein ewiges spiel zwischen den bullen und den bären das schöne ist wir wissen zwar nicht zu jedem zeitpunkt was als nächstes gespielt wird aber wir haben dann schöne marken an denen wir uns dann wieder orientieren können und sagen ah ok ab da springe ich dann doch wieder auf diese richtung eben entsprechend auf wenn wir hier mal im kurzfristigen chart gucken sehen wir jetzt so ein bisschen ermüdung das ist so etwas was häufig am ende einer bewegung ist wollen wir es noch nicht über dramatisieren also es spricht aber einiges dafür dass diese aufwärtsbewegung die wir jetzt hier haben vielleicht dann doch in den letzten zügen ist sehr mutige die sagen ach komm augen zu und durch können natürlich versuchen hier dann daraufhin schon aktiv zu werden aber die aussage die bezieht sich tatsächlich erst dann auf die getriggerten marken das ist aus meiner sicht ganz wichtig kurzer blick auf den s&p 500 der ist per se erstmal genau das gleiche auch hier die scharfe abwärtsseite auch hier die vermeintlich abc aber eine abc also dreiwillige korrektur ist erst dann bestätigt wenn wir das tief hier das findet ihr dann selber ebenfalls heute vormittag hier wenn wir das durchstoßen also s&p 500 von der seite aus gleich je weiter er aber läuft desto weniger attraktiv werden die ziele unterhalb dieser marke und ich verstehe dass einige leute natürlich sagen ach gott da will ich doch nicht erst hier unten rein gehen dann ist doch das gar nicht mehr so viel von der bewegung habe ich doch schon so viel verpasst ja aber wer jetzt hier pauschal einfach mal short geht naja man kann nicht gut sagen greift ins feine messer aber springt auf die steigende rakete oder wie man es auch immer sagen will das ist nicht unbedingt sinnvoll jetzt in dieser bewegung so der dreht jetzt ganz sicher man sieht es hier noch nicht so richtig auch hier so leicht eine andeutung aber bitte das jetzt noch nicht als bare münze das ist der sichere beweis dass der kurs dreht lasst euch das zeigen zeigen kann man das sich unter anderem wenn einem diese stundenebene zu lang ist natürlich auf den kleineren zeitebenen nämlich mit dem schub nach unten und dann was wackeliges nach oben das ist dann eigentlich hervorragend dafür geeignet dann im kleineren dann ebenfalls dann noch mal drauf zu gucken so das will ich jetzt mal mit nachmittag tun wer will kann da natürlich gerne mit dabei sein denkt daran habt ihr die möglichkeiten hier auf den verschiedenen kanälen die links kennt ihr alle insofern muss ich das nicht jedes mal wieder erwähnen euch jetzt erstmal wieder alles gute für den heutigen handelstag liebe grüße und morgen geht es dann mit dem sagen wir mal grob im ausblick weiter und vielleicht sehen wir uns ja vorher noch mal zu anderer gelegenheit wir sehen uns ja vorher noch mal zu können Vielen Dank.